Hi, ich freue mich, dass ihr eingeschalten habt auf meinen YouTube-Kanal. YouTube hat mein letztes Outdoor-Video all das beschränkt und ich dachte mir spontan, ich drehe jetzt nochmal ein Video hier draußen. Und ja, ich laufe einfach sinnlos auf und ab und ihr dürft mir zuschauen. Ich trage 20 Dehn Haltelose Strümpfe von der Firma DM. Das war's für heute. Wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann schaut mal unten in den Link. Ich freue mich über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und ja, bis bald.